Und falls ihm kalt geworden ist, eine kurze Aufwärmaktion, damit wir alle noch lange hier durchhalten und auch politisch und durch Einkaufen und Richtiges Konsumieren etwas verändern. Noch einmal an den Warmacher Daniel Unsel. Okay, also ich vermute mal, euch ist ein bisschen kalt geworden, oder? Okay, also wir können mal ein leichtes Jogging anfangen, ja, ein leichtes Jogging. Und dazu den klassischen Song. Hopp, 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 Agrarfabriken, stopp. Hopp, 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 Agrarfabriken, stopp. Jetzt die Arme nach oben. Hopp, 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 Agrarfabriken, stopp. Hopp, 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 Agrarfabriken, stopp. Hopp, 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 hopp. Und jetzt schneller. Und schneller. Hopp, Agrarfabriken, stopp. Hopp, 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 Agrarfabriken, stopp. Wow, sehr gut, sehr gut. Jetzt, jetzt, alle mal, macht mal dieses Geräusch. Ihr habt was Leckeres gegessen. Und jetzt nimmt man die Zunge mit, weil der Mund ist ja voll eingeschlagen. Jetzt versucht man eurer Nachbarin klar zu machen, dass das, was ihr esst, leckerer ist, als das von der Nachbarin. Das geht so. Tanja, komm mal her. Und jetzt mal ein Höchsttön. Ich geh mal mal, bitte alle einmal. Und jetzt mal ein Tieftön. Ah, das ist wunderbar. Nochmal lauter. Oh, nochmal richtig laut. Ah, da bin mir richtig warm aufs Herz. Gut, jetzt könnt ihr euch einmal kurz umdrehen und sucht mal jemanden, den ihr noch nicht kennt, der neben euch steht. Und stellt euch mal vor. Sagt mal Hallo. Hallo. Sagt mal Hallo, wer bist du? Und was riecht dir am Herzen? Warum bist du hier? Und was hast du richtig satt? Tauscht euch mal kurz aus. Genau. Mal gucken, wer da ist, weil Wärme ist ja nicht nur körperlich, auch vom Herzen. Und wenn ihr ein bisschen was erfahren habt, dann, komm mal her Tanja, zeig ich mal, was ihr dann macht. Dann nehmt ihr einfach mal in den Arm und knudelt euch einmal kurz. Das ist sehr gut. Da wird es ein bisschen warm, das geht in die Herzen. So, jetzt wissen wir, was wir satt haben und was wir haben wollen. Jetzt wollen wir einmal unsere Botschaft alle zusammen ans Bundeskanzleramt schicken und an ihn sein. Also, unter Strom, dieser Demo, was sie sagen ist, wir haben es satt, ihr Einwohner. Okay, jetzt probieren wir mal zusammen. Okay. Wir haben es satt. Wir haben es satt. Regenwald, Soja. Wir haben es satt. Wir werden es zocken. Wir haben es satt. Ich glaube, die Botschaft ist angekommen. Jetzt geht's hier weiter. Tanja.